Auch in diesem Jahr wird es wieder ein GZSZ-Special geben. Wann diese ausgestrahlt wird und auf was ihr euch gefasst machen dürft, erfahrt ihr hier. Seit über 32 Jahren schon lockt GZSZ werktäglich zahlreiche Menschen vor ihre Fernseher. Das nach wie vor große Interesse an der beliebten Vorabendserie wird auch in diesem Jahr mit einer Spezialfolge belohnt. GZSZ entführt die Zuschauersternchen innen dazu in das sonnige Katalonien, gemeinsam mit den Seefelds. Die Patchwork-Familie wird dort ein emotional aufwühlendes Abenteuer erleben, das so manche von ihnen in große Gefahr bringt. Wir verraten euch, worum es in dem Special geht und wann dieses ausgestrahlt wird. Wann kommt das GZSZ-Special im TV? Bereits im September hatte RTL angekündigt, dass die GZSZ-Fans sich noch in diesem Winter über ein ganz besonderes Highlight freuen dürfen, nämlich das Special in Spielfilmlänge. Nun gab der Sender auch endlich bekannt. Wann es soweit ist? Am 5. Dezember 2024 wird die Spezialfolge in Spielfilmlänge wie gewohnt um 19.40 Uhr ausgestrahlt. Wer ein RTL Plus Abo besitzt, kommt sogar schon früher in den Genuss des TV-Highlights. Denn wie auch die normalen Folgen wird das Special auf der Streaming-Plattform eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen sein. Die Fans erwartet Drama und Romantik. Achtung, es folgen Spoiler zum GZSZ-Special 2024. Für das GZSZ-Special haben sich die Produzent Sternchen-Innen der Serie wieder etwas ganz Besonderes für die Zuschauer Sternchen-Innen einfallen lassen. Dieses Mal liegt der Fokus auf den Seefels, deren Leben durch Marens, Eva Mona Rodekirchen, Erbe und Lars, Hadi Krüger, Auftauchen in Berlin ziemlich auf den Kopf gestellt wurde. Um das Drama der vergangenen Wochen hinter sich lassen zu können, beschließen die Seefels, sich in Spanien eine Auszeit zu gönnen. Doch die Reise steht unter keinem guten Stern. Maren, die Michi, Lars Pape, einen Antrag machen möchte, verliert ausgerechnet den Verlobungsring. Katrin, Ulrike Frank, die zufällig ebenfalls in Barcelona ist, soll daher einen neuen organisieren. Dabei läuft sie ausgerechnet ihrem Ex Tobias, Jan Kittmann, in die Arme. Wieder einmal wird sie von ihrem Liebeskummer eingeholt und muss sich zudem fragen, wer die mysteriöse Frau an seiner Seite ist. Doch damit nicht genug. Das Untertitelung des ZDF, 2020